yo leute was geht ab lebeck wieder hier und die spiel league of legends mit meiner freundin hallo und diesmal einer vor alle auf der ara map mit jasu alter das will ich festhalten stellt euch mal vor 5 jasus machen eine ulti auf ein jasu er wie das dann ab geht es instante so betonung auf vorstellen ob das klappt bezweiflich wird schon so auf geht's was ist das wir brauchen das schild gar nicht weil wir haben ja gar keine kosten der penner ja der schild das weißes schild ich hab den nicht was ist denn da oh ja 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 du kannst ja nirgendwo drauf ey zum kotzen fängt ja gut an ey hör mal jasu killt jasu geholfen jasu 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 was für ein scheiß was für ein scheiß schau ist halt so ne manchmal ist so aber die sind so gut wie tot jetzt eigentlich was für eine die 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 das ist oder Wenn du zweimal Kuh gemacht hast, der baut sich auf. Ja. Du musst aber auch die Kuh treffen. Ach so, okay. Du brauchst gar nicht versucht. Also muss ich zweimal die Kuh treffen und beim dritten Mal kommt der Kuh an. Ja. Mann, was ist so? Wow, die haben schon alle Ulti, Alter. Ich weiß noch warum. Ach, jetzt kommt so ein Kreis und dann kommt der Würbelsturm, ne? Genau. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Nein. Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid. Oha. Ach, ich lebe noch. Die sind stärker. Reicht das auch, wenn man einen Minion trifft dann muss? Ja. Okay. Nein. Nein, ich bin nicht mehr der B6, Mann. Alter. Oha. 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 Das ist so süß. Das ist so süß. Sieh mal an, mach'n Kalt. Sorry. Oha. 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 Ich hab' den meisten Killsammar hat. Verstehe ich nicht. Ich hab' gar keinen. Du hast nur drei. Kann man die Ulti nur einen bestimmten Dings machen? Toll. Was war das? Ernsthaft. Du kannst auch deren Tornado mit weh ablocken. Oha. Ich schweig. Ah. Geht doch. Attacke. Jo. Alles klar. Ich verstehe zwar kein Wort, aber... Versuch's gar nicht. Mach' ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ähm. Wo macht denn sein Ding dahin, ey? Komischer. Ey. Nee. Hör auf. Ich muss gleich abbrechen. So ein Schein. Nee. Ah fuck. Ich dachte ich krieg's hin, aber nein. M-m. Können's aber. Er ist gar nicht so einfach, ne? Ist so... Ja, es geht. Ich spiel' jetzt den jetzt in Wirklichkeit nur zum zweiten Mal. Ich will den ja kaufen, aber... Wie kann man denn die Ulti machen? Wenn du Tornado gemacht hast und ein hast in der Luft, dann kannst du sofort ertreten. Du musst aber erst Tornado machen. Ja. Tornado. Jetzt, genau. Okay. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Aber nur mit dem Tornado, sonst nicht? Ist ja hässlich. Ja, ist halt so, ne? Ist voll hässlich. Richtig hässlich. Ist mega oberhässlich. Voll der Rot. Ja. Ich musste erst mal dreimal treffen und dann... Ist... ... ... ... ... Läuuuft! Komm, mach, mach die Inhibitor, dann haben wir riesen Vorteil. Der Typ ist Level 8, was ist mit dem? Ja. Lass unter Tower kämpfen. Die werden hundertprozentig das schwierig auf alles unter Tower angreifen, weil die denken, die sind ein Vorteil. Aber es sind nur zwei zur Zeit. Dann geht weg da. Guck dir das an, ey. Gleich auf mich, also. Und die schaffen es auch noch, weißt du, die schaffen es auch noch. Das ist unglaublich, ne? Los, spring einmal auf ihn. Hast du noch Blitze oder so? Komm schon! Der ist schneller als du. Ja, der ist schon. Und du nicht, ne? Ja. Ja, das ist doof, 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 doof. Das kommt schon so schön. Ja, die kommen wieder. Einer ist AFK von denen. Der ist schon Level 8. Der ist immer noch länger. Ich wollte Ulti auf ihn machen, aber... Ja, der ist immer noch länger. Ja. Aber was mit Q, Queen, Zero. Muss mal fragen. Auf Karten? Ich kann mal. Und der Einer macht mich so schaden, oder? Nee. Kallitus. Hilfe, Hilfe. Du schaffst ihn, du schaffst ihn. Yeah, Schatz, was mit dir? Oh, böse Jungs, böse. Habt ihr das gesehen? Meine Freunde, ne? In your face, you motherfucker. In your face, you motherfucker. In your face, you motherfucker. Hä? Nee, das ist einfach nur Glück. Ich hatte gerade seine Ultimation. Und ich hatte die Zeit noch. So, jetzt bin ich wieder da. Ich bin auch nicht der Überknaller grad, aber... Ich spiele den zum ersten Mal. Man macht halt Schaden, ne? Die bauen sich nur Rüstung auf und zu. Du baust überhaupt keine Rüstung, weil... Wenn nicht einer erwischt, bist du instinkt. Ich hab schon wieder Ulti, kann das sein? Scheiße. Ach, schade. Ich wollte ihn slappen, aber... Ich hab eigentlich alle mit Tornado getroffen, aber der ist nur zum ersten geflogen. Hallo. Schade eigentlich. Was hat denn die Ulti für eine Abgangszeit? 40 Sekunden? Bei mir 52. Hm. Bei mir 40. Ich hab auch die Schuhe mit Abgangszeit da. Report ja zu. Ah! Ernsthaft? Report ja zu. Hm. Ich hab meine Ulti, ne? Da kann man ja was machen. Warte. Ich hab sie auch. Aber ich machen. Warte. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Danke. Warte. Bis hier Tornado geschossen ist. Ich brauche einen Tornado. Dann mache ich Ulti. Kann ich das nur mit meinem Tornado oder mit general allem? Macht irgendeiner mal einen Tornado jetzt hier? Scheiße, ich bin tot. Oh, so eine Kacke aber auch. Schade, Junge. Der stirbt gleich wegen dem Minion. Oh, ja, nein. Oh, shit. Nein. Keiner außer mir hat Blutklinge, also mache ich irgendwas falsch, glaube ich. Oder? Ja. Aber das immerhin... Ja, du machst was falsch. Okay, okay. Ich hab's richtig, glaube ich. Hoffen wir mal. Ja. 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 Ich will auch noch einen. Tschüss. Entschuldigung. Hast du es jetzt geklaut? Nein. Schade eigentlich. Ja. Ja, ich glaube das ist ein gewonnenes Spiel. Aber... Aber... Zwar nicht 5 gegen 1 Ulti, aber immerhin hat einer uns getroffen und da sind noch 3 auf uns gesprungen. Ja. 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 Na ja, da vornepä distance loose, aber... Ja. schuld WTF 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 was war denn das jetzt? Lauf Junge, lauf! Bleib am Tower, man! Mach, mach, hilf, 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 hilf! Nein! Nein, gerade mein Tornado! Nein, warum sind wir jetzt alle gestorben? Wenn ich nur eine Sekunde gehabt, hätte er sich Tornado gemacht, und dann hat er direkt Ulti gemacht. Und dann ist er tot. Die Sekunde hat mich schlecht. Die war mir nicht vergönnt. Ich hab Ulti gemacht, aber irgendwie... Ich hab Tornado gemacht, aber mein Ulti ging nicht. Ja, super, dass du die Minions zerstörst. Ja, super. Ich hab eine Tornado gemacht, haha. Ich bin auch... Ich bin auch... Ich krieg euch alle! Die haben alle viel mehr als ich. Die haben irgendwie Acker. Mach mal den Kack. Und dann wartet er auf die Lacki nach Töten. Ach, schade. Hä? Wie schattet der Tornado? Der Tornado hat nicht gewöhnt. Fuck, ey. Ja, renn doch noch da rein, was da reißt. Was da nichts besseres zu tun ist. Ich freu' nur gucken. Kann ich denn nicht wissen, dass der Laser so gleich abschießt, ey. Verdammte Kacke. Hast du ahnen? Toll, ey. Ich denk nicht so viel. Ich denk doch gar nicht viel. Naja, Leute, das war grad nicht der Überknaller an Highscore-Kills, bla, aber... Immerhin, das hat Bock gemacht. Dann... Auf ein neues. Ja, auf ein neues, Digga. Bis auf... Warte. Nenn mich nicht, Digga, Digga. What the fuck? Sonst hab ich nicht, Digga, Digga. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.